hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play Minecraft ganz komisch hoch jetzt sieht auf einmal schlecht aus habe ich ein bisschen gefällt und ja so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Minecraft und vielleicht sollte man es sehen hier habe ich etwas weg gemacht tutentun ja weggemacht tutentun ja so heißt das und weggemacht tutentun und ich habe konstante 30 fps mal 31 mal 29 aber das sieht für mich nicht anders aus Hauptsache ist ich kann mit Shader spielen und aufnehmen und irgendwie kann ich nur mit Shader spielen und aufnehmen also ist der Shader eine gute Sache für mich und ich muss noch einen auf den hier machen so da läuft jetzt auch die Hintergrundmusik und ich hoffe sie ist nicht zu laut und da muss ich gerade noch was gucken ja doch so geht's und ja ich hab hier halt ein bisschen was abgetragen weil ich fand das ist wenn ich spiele ziemlich uncool das habe ich den das hier weggemacht und ja hier alles abgetragen und und ich habe noch eine zweite Sandkiste eingereit schlossen tutentun und ich wollte mich dieses mal um eine automatische Weizenfarm kümmern also Weizen und Kartoffel und anderes warm und ich hoffe man hört mein PC nicht denn der ist jetzt ziemlich laut irgendwie sind die FPS gesunken also ich mach das mal aus denn so habe ich ja äh 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 Framerate und oh mein Gott ich hab schon so lange nicht mehr gespielt und aufgenommen muss ich dazu sagen alter äh 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 ich hab hier eine eigene Gravelkiste hier 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 dann habe ich hier noch die Holzkiste Die Sounds sind mir ein bisschen zu laut. Ich hab die Musik jetzt ganz leise gedreht. So, ich hab die Musik jetzt nochmal ein bisschen lauter gestellt. Alter, es ist so, um cool mit Musik im Hintergrund aufzudrehen. Äh. Äh, und, ja. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Eine automatische Weizenfarm. Ich überlege gerade, ob sie auch in den Boden reingehen soll. Ich hab mir jetzt eigentlich nur gedacht, ja, okay, muss doch mal eine Weizenfarm, weil Weizenfarm brauche ich immer. Dann mach ich auch eine automatische Sugarcane Farm. Ja, Sugarcane. So heißt das. Sugarcane. Und dann würde ich sagen, wir reißen das alte Feld einfach voll ab. Was dem eigentlich richtig schön alles zu wachsen ist. Äh. Ja, bei Minute 4 muss ich nochmal gucken, ob die Musik zu laut ist. Ja, für mich ist es jetzt ein bisschen zu laut. Aber die Musik ist mir sonst zu leise. Egal. Egal. Du schaffst es perfekt, aber. Aber, äh. Ja, keiner ist perfekt. Aber, äh. Was das auf dem angeht, nicht. Was das auf dem angeht, nicht. Und bei anderem auch nicht. So. Ich hab hier keine Schlaufe mehr. Verdammt. 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 Aua. Ach. Aber es ist doch scheiße dunkel. Ah, jetzt geht's wieder. So. Ich muss mir mal ein paar Schaufeln. 4 kann ich mir machen. 1, 2, 3, 4. So. Okay, dann hab ich da auch noch was zu essen. Okay. Okay. Ich beschwör mich nicht. Dann hab ich immer Potatos zu essen. Und. Ich hab auf Peaceful ganz einfach, weil ich. Weil ich nicht wirklich von Monstern gestört werden will, wenn ich hier baue. Genau deshalb. Okay. Na. Okay, jetzt hab ich auch nichts, um das zuzubauen. Zuzubauen. Und ich hoffe, ich hab auch genug Redstone, denn sonst wäre es ein bisschen blöd. Denn ohne Redstone. Ist nicht viel los. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Irgendwie fehlt mir so ein Shader, bei dem das Wasser aufwackelt. So. Bei dem es Wellen gibt. Weil hier reflektiert das Wasser ziemlich stark. Äh, was mir in meinem anderen Shader gefehlt hat. Und. Und. Ja, komm. Musik sei halt laut. Und. Äh. Hier fehlt mir. Äh. Halt, dass das Wasser noch so ein bisschen wabbelt. Schwabbel. Wellen hat. Wellen schlägt. Ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, lasst mich. Ich kann nicht alles wissen. Also, das Feld wird dann neun breit. Äh. Äh, in der Mitte ist, ähm, ein Wasserstrahl, denn ein Wasserstrahl, äh, macht halt, dass vier, vier waren es doch, oder? Äh, doch, dass vier, 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 vier Felder, vier Felder bewässert werden können. Und da muss ich, äh, nochmal gucken, wo ich das hinmache, in welche Richtung ich das hinmache. Und da, denk, denk, dachte ich mir, äh, ich mach von da nach da. Also, dass hier oben die Dispenser sind, die Wasser aussprühen, schütten. Und dass da hinten dann irgendwo das Wasser, äh, da, dass da hinten dann irgendwo alles ankommt. Und da muss ich aber noch da, bei der Kuh, Kuhfarm gucken. Äh, äh, so, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen, so, ja, so, ja, so, und dann kann ich hier raus. Und da muss ich, äh, das hier alles abreißen. Seitdem ist es schon, neun, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich lasse es doch ab. Hab's mir anders überlegt, denn ich mach, äh, das ist mit dem Fenster erst später. Äh, da ich zuerst alles Redstone bauen will und dann halt alles fertig ist. Oh mein Gott, die Schatten werden so schnell, so lang. Äh, 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 ach. Aber wem geht das nicht auf dem Pist? Oh mein Gott, jetzt hab ich, oh, jetzt muss ich auf die Toilette. Äh, 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 äh. Du can only sleep bad, nein, du can only sleep bad, nein, ich kann, ich kann fast nichts mehr sehen, hallo, ist es nah, ja, gut. Nein, da ist nicht mehr viel drin. Äh, in meinem Ender-Drink war nicht mehr viel drin, aber egal. Verdammt, ich hab' vergessen, mich zu mir, aber egal. Das ist jetzt alles egal, ey. Äh, warum hab' ich einen Brunnenwetter? Und warum hast du ne Maske auf? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, mal gucken, wie breit ist es schmiss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Perfekt. Äh, ja, ja, das sind vier und dann sind hier oben halt die Dispenser, die dann das Wasser dispensen. Auf Knopfdruck, dann stelle ich mich hier oben oder da unten hin. Und, äh, leg dann ne Redstone-Leitung nach hier oben. Hier oben ist da ne Redstone-Fackel. Die löst dann die, äh, Dispenser aus einmal. Und dann drück' ich da nochmal drauf und dann werden, äh, dann saugen die Dispenser das Wasser wieder auf. Okay, das heißt, hier ist die Mitte. Das heißt, da oben kommt's... Okay, hier hin. Äh, aber ich weiß ja noch nicht, wie ich das bauen werde oder sowas. Äh, ich mach... Kümmer mich zuerst um das große Loch, oh Gott. Das hätt' ich jetzt lieber nicht gesagt. Ähm... Toll, hier bin ich schon mal reingefallen. Zeit, die Höhle auszuleuchten. Was hat's jetzt vollgebracht, ey? Hier sind sonst zu viele Monster. Und da... Monster... Hier sind sonst zu... Am Arsch. Am Arsch. Äh, warum hab ich jetzt gerade noch an? So. So, Nation. Ah, Tageslicht. Ah, hier hab ich ja schon vieles ausgeleuchtet. Äh, nein, den Shader wechsle ich jetzt nicht. So. 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 Ja, ja. Muku, kumu, muku. Äh, hier war ich schon mal. Ja, ich war hier ja schon mal. Bin ich einmal reingefallen. Äh... Äh... Bapalda. You've unlocked you das. Ach, hier hat man nicht weiß, ey. Sollte ich auch mal wieder spielen. Ich bin nicht so privat, aber...